Einen wunderschönen guten Tag liebe Kryptonauten und herzlich willkommen zu dem Video, das gab es in der Kryptosektion der Formationsleder. Heute ist Dienstag, der 3. Dezember 2019 und ich habe es tatsächlich geschafft beim 5. Take nicht mehr September zu sagen. Kryptonauten vorweg und das zur Transparenz. Also in dieser Abwärtsbewegung, was die Kryptos gemacht haben mit Bitcoin minus 35% in der Spitze, habe ich ja diverse Kryptos auf der Short-Seite getradet. Zum Beispiel Bitcoin Cash, Ethereum, NIO oder auch ein Trade vorgestellt zu Bitcoin. Alles live in der Kryptonauten-Kommandozentrale, wobei wie gesagt Bitcoin habe ich nur vorgestellt, selber nicht gehandelt, weil es mir sonst zu viel Klumpenrisiko geworden wäre. und auch XRP hier auf der Short-Seite und diese Trades sind alle nach Hause gebracht, Stop-Loss nachgepasst, sehr schöne Gewinne realisiert. Nur bei XRP haben wir die Hälfte realisiert und bei der zweiten Hälfte passen wir immer weiter in den Stop-Loss an und gucken, was der Markt noch kann und was er noch machen wird. So, das nur zu Transparenz, wenn ich jetzt euch gleich sage, der Markt ist gerade aber nicht so stark, dann könnt ihr euch sagen, naja gut, der hat ja noch so eine kleine Short-Position und der will, dass der Markt wird. Und apropos XRP, es gibt ja einen neuen Song zu XRP, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der geht ungefähr so. XRP, oh jemini, im Sommer läuft es schlecht und im Winter tut es weh. Jetzt der Link in der Beschreibung als Download auf iTunes oder Spotify und für alle, die jetzt nachgucken. Bitte seht mir das nach, das ist nur ein humoristischer Beitrag meinerseits. Und ey, liebe XRP-Fans, dafür, dass ihr mich da jetzt im letzten Video wieder gegrillt habt und erzählt, dass ich nur Dünnpfiff erzählt habe, vom Herzen, mach ich ganz im Ernst, wünsche ich euch, dass XRP sowas von Monden und Marsen und was auch immer werden wird. Und dann dürft ihr gerne kommen und in die Kommentare reinschreiben, da siehst du es und dann dürft ihr mich alle gerne grillen. Ich sage ja nur, im Moment sieht es fundamental nicht gut aus und wenn der dann doch nochmal laufen wird, man wird es im Chart sehen können. Wenn man bereit ist, die ersten, keine Ahnung, 300% meinetwegen zu verpassen, wenn es das alles nochmal geben soll. Der Vorteil ist, dein Geld liegt nicht rum, dein Geld arbeitet und du musst nicht massive Buchverluste haben und nochmal verbilligen und nochmal verbilligen, damit das irgendwann mal hoffentlich funktioniert. So, XRP, oh jemini, Bitcoin. Letzte Ausgabe hat jemand unter mein Video geschrieben und für alle, die jetzt sagen so, oh, hör doch mal auf, auf deine Hater einzugehen. Also, dieser Mann ist kein Hater. Der schreibt einfach nur etwas und ich finde, der hat sogar recht und ich meine das auch überhaupt nicht sarkastisch. Und ich finde, man kann wunderbar Dinge anhand dieser Aussage erklären. Der Nico schreibt, wie beim Toto in Österreich, Spiel 1, Tipp X soll heißen, was Konkretes weiß man nicht. Und er hat recht, denn ich habe im letzten Video gesagt, ey Leute, wisst ihr was, es kann sein, dass der jetzt hier gerade konsolidieren will und noch eine Bewegung nach unten machen will. Es kann aber auch sein, dass er Unterstützung findet und nach oben läuft. Und dann wird man sich sagen so, ja toll, was ist denn das für eine Aussage? Ich will das einmal aus technischer Sicht erklären, was ich an dieser Aussage absolut richtig finde und was da fehlt. Und ich will das nochmal aus psychologischer Sicht erklären, was ich an dieser Aussage absolut richtig finde und was fehlt. Lasst uns mit der Psychologie anfangen. Wie beim Toto in Österreich, Spiel 1, Tipp X soll heißen, was Konkretes weiß man nicht. Und aus psychologischer Sicht absolut richtig, nichts Genaues weiß man nicht. Und wenn man nichts Genaues nicht weiß, was macht man da? Nichts. Ich sage ja immer wieder, die Kunst des Tradens besteht darin, nicht zu traden, nicht zu fummeln, nicht im Risiko zu sein. Und das Problem von Kleinanlegern ist es, dass sie dauernd im Risiko sind und mit viel zu viel Risiko sind. Und dass ihr Puls immer sonst wohin geht und dass sie ständig aufs Telefon gucken und dass die Beziehung darunter leidet und dass es monetär richtig schwierig wird. Und das Problem ist auch das, die Leute mir eine Anfrage stellen und sagen, was kostet der Kurs? Nein, ich koste so und so viel. Und dann sagen sie so, oh ja, fühle ich ganz gut, ich muss mal gucken. Im Grunde genommen finden sie es super, wollen sie machen, dann schreiben sie mir drei Monate später, ah, wäre ich bloß gekommen, jetzt habe ich so viel Geld verloren, das kann ich mir gar nicht mehr leisten. Das heißt, es wird vollkommen ungeduldig und verzeihung, wenn ich das sage, ohne nachreichend darüber nachzudenken, Risiko in den Markt gepumpt. Und damit bedient ihr im Grunde genommen ein System, in dem die Broker immer mehr Geld verdienen. So, das heißt, der psychologische Fehler dahinter ist, Nico, sei mir nicht böse, das ist jetzt eine Unterstellung, ich bin genervt, weil du mir nicht sagst, in welche Richtung ich trade. Und dabei ist es vollkommen normal, auf den Chart zu gucken und zu sagen, hmm, warten. Ich habe es euch schon mal gesagt. Leute, der Chart ist kein Kühlschrank, er ist ein Backofen. Also, was ich damit meine ist, beim Kühlschrank ist es so, du kommst in die Küche, denkst dir, hmm, ich habe Hunger. Oh, Kühlschrank auf, da ist irgendwas drin, das kannst du dir sofort in den Mund stopfen und los geht's. Und das ist nämlich das Ding. Viele verwechseln den Chart und traden mit einer Spilo. Das heißt, du gehst in die Spilothek, schmeißt Geld rein, drückst auf den Knopf, steigt oder fällt, oh, ja, hast die Aufregung. Aber das ist nicht professionelles Trading, das ist so mehr Adrenalin suchen, das ist mehr das schnelle Geld suchen. Also, aber der Chart ist eher ein Backofen. Also, es gibt Zeiten, da ist es vorweihnachtlich, also wenn ihr bei uns im Moment in die Küche geht, da, pff, also gerade so am Wochenende, ach ja, oje, minier, da riecht es die ganze Zeit nach Plätzchen. So, da freut sich immer mein Körpergewicht darüber. Das heißt, fast egal, wann du in die Küche kommst, du kannst dir frisch gebackene Plätzchen rausnehmen. Und das hatten wir im letzten Monat. Da ist der Bitcoin-Preis in der Spitze um 38% gefallen. 38%! Also, da war es noch schwer, aber das fällt, bleibt, fällt, bleibt, fällt, bleibt, fällt. So, bitte, suchen sich ihre Trades auf. Und damit ist der gesamte Markt runtergekommen. 38% nach 30 Tagen. So, das, na klar, was hältst du davon, wenn er jetzt nochmal 38% drauf macht und nochmal 38%. Natürlich geht es so nicht weiter. Und es ist auch selten, dass der Markt 38% auf den Kopf kriegt, die 61% sogar aufgibt, eine horizontale aufgibt. Und diverse andere Unterstützungen aufgibt und dann natürlich, na klar, wieder wie Phönix aus der Asche hochschießt. Sondern, das was passiert ist, Mann, es wird eine ganze Weile Plätzchen gebacken und dann ist auch mal der Backofen leer. Und dann muss man mal wieder warten, bis mal vielleicht ein Geburtstag ist oder ein Auflauf gebacken wird. Und dann gibt es vielleicht auch mal wieder was. Das heißt, ja, aus technischer Sicht, jetzt im Moment nichts genaues weiß man nicht, ist richtig. Und aus technischer Sicht bedeutet es aber auch nicht, ich bin genervt und das ist das, was da fehlt. Das heißt, keine Ahnung, sondern, ah, im Moment gibt es keine Signale. Okay, dann lasst uns doch mal gucken, was es für Signale gibt. Wird es einen super, super, super leckeren Auflauf geben oder wird nur eine Pizza aufgewirkt? Und das, was ich euch sagen will, ist, das deutlich Wahrscheinliche aus technischer Sicht ist, dass wir wie auch immer geartet eine Seitwärtsphase kriegen werden. Ich weiß nicht, mit Seitwärtsphase meine ich nicht, der läuft nur seitwärts. Mit Seitwärtsphase meine ich, der kann auch, die Seitwärtsphase kann auch, das ist für mich auch noch übergeordnet, seitwärts. So, so eine Gegenbewegung. Aber ohne richtige, solche Dynamik. Sowas zum Beispiel. Sowas zum Beispiel. Ob jetzt mit hoher Wohler oder mit niedriger Wohler. So, das ist eher wahrscheinlich. Jetzt ist es so, 30 Tage haben wir auf den Kopf gekriegt. Und meistens, keine Ahnung, 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, kann der Markt dann wieder in einer solchen Konsolidierung sich befinden. Heißt das jetzt, dass man jetzt 6 Wochen lang nichts machen kann? Überhaupt nicht. Sondern, es heißt nur, weißt du was, er muss erstmal in dieser Phase so eine kleine, klare Formation bilden. Und dann können wir auch innerhalb dieser Rage was machen. Nur das muss er uns anzeigen. Und er muss uns anzeigen, weißt du was, ja, ich habe schon Gas gegeben. Ich habe 20% gemacht. Es war durchaus Volumen da. Die Kerzen, die wir hier in der Stunde gemacht haben, die waren durchaus groß und stark. Alles gut. So, und jetzt ist die Frage, was passiert denn jetzt? Und aufgrund dieser Bewegung halte ich es für weniger wahrscheinlich, dass der Markt jetzt so macht, Rums. Dafür war das zu stark. Dafür war der Ausverkauf zu stark. Das heißt, es ist eher wahrscheinlich, dass, wo auch immer diese Bewegung zu Ende ist, wir zumindest erstmal nochmal eine Gegenwelle sehen werden. Nur, und da kommen wir zum nächsten Problem. Wir sind es gewohnt mittlerweile, dass wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, gehen wir halt auf Tradingview oder auf irgendwelche Internetseiten, wo über Kryptos gesprochen wird oder auf irgendwelche YouTube-Kanäle. Und dann hat ständig irgendeiner einen Fahrplan für mich. Weil irgendeiner sagt mir, es steigt oder es fällt oder es mondet oder es kellert. Und es gibt ganz wenige, die einfach begreifen, dass man sagen muss, so ja, ja, ist gerade keine Wohler, muss man es mal noch ein bisschen wahr, bis man es klarer sehen kann. Und das bedeutet, wenn wir die ganze Zeit überall Informationen bekommen und vor allen Dingen von wem denn, was für eine Expertise denn, zeigen sie denn ihre Trades, traden sie live, kennt man ihre Performance. Irgendeiner, der irgendetwas schreibt. Ich sage ja immer, der Chart ist viel geduldiger als Papier. Das Papier reicht irgendwann mal, wenn du den vollballerst. Das zweite Problem ist also, dass wir ständig gezeigt bekommen, gesagt bekommen, es passiert das, es passiert das, es passiert das. Und wenn irgendeiner kommt und sagt, ey Leute, jetzt, im Moment, Hände in die Tasche. Und wenn das nicht klappt, setzt euch auf die Hände drauf und passt auf euer Risiko auf und geht nicht ins Risiko, passiert folgendes. Ich bin total gelärmt von dir, denn du weißt nichts Konkretes. Doch, ich weiß ganz konkret, dass es jetzt nicht einer Zeit ist, ins Risiko zu gehen. Und abschließende Bemerkung. Ab und an telefoniere ich mit Kryptonauten. Wisst ihr, was mir die Kryptonauten erzählen? Oh, ich habe gerade und hat mich der Kollege angerufen und hat gesagt, du musst da jetzt, es ist nicht erfunden. Und der Kollege hat gesagt, du musst da jetzt Short gehen und dann geht er bis dahin. Und dann habe ich da 10 Bitcoin verkauft mit einem Hebel von sowieso und dann ist mir der Puls gegangen. Und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten und dann ist es aber kurz gegen mich, habe ich rausgegangen und ist mir in meine Richtung gelaufen. Und vorgestern habe ich dann aber so und so viel verloren. Und ich habe auf Bitmix mit dem 200er Hebel und so weiter und so fort, habe ich schon dreimal nachgezahlt und dann ist das passiert und dann habe ich so viel verloren. Die meisten Kleinanleger sind im Dauerrisiko, sind dauernd im Risiko. Und wenn man mal sagt so, hey, keine Ahnung, jetzt muss man mal vielleicht mal warten, dann empfindet man das als absolut störend. Das ist so wie ein Sportler, der ständig im Wettkampf ist. Immer nur ein Wettkampf nach dem anderen. Der trainiert nie, der macht nur Wettkampf. Wenn ich dann zu Kryptonauten sage, hey, Kryptonauten, bildet euch aus. Wann hast du das letzte Mal etwas in dich investiert? Zum Beispiel, wo auch immer ihr hingeht, geht zum Formationstrader-Mentor-Programm. Kostet für ungefähr ein Jahr 2000 Euro. Rechnet euch das mal aus, was das im Monat kostet. Plus Live-Trading, was ihr dazu bekommt, plus Geldrückgabegarantie nach einem halben Monat. Dann sagen die, ja, würde ich ja gerne machen, das ist aber ganz schön teuer. Und wenn ich die dann frage, ja, was hast du eigentlich an der Kryptobörse bis jetzt verloren? Ja, in den letzten Monaten, muss ich sagen, habe ich schon 5000 Euro verloren. Also viel zu viel Risiko im Markt. Das Geld wird immer wieder den Kryptobörsen geschenkt, aber es wird nichts in sich selbst hinein investiert. Und wenn dann noch einer kommt und sagt, hey, Kumpel, im Moment ist Zeit zu warten, dann, ja, er hat recht. Nichts Konkretes weiß man nicht. Das Konkrete, was man weiß, ist, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um ins Risiko zu gehen, sondern es ist der richtige Zeitpunkt, dem Chart zu sagen, hey Chart, bevor ich dir sage, wo du hinlaufen sollst, sag du mir doch mal lieber, wo du hinlaufen willst. Und wenn ich das weiß, ob du eher hier gerade in einer Stunde eine Bullenflagge bildest, gegen den Trend, aber mit einer V-Formation, hier. Und das nach oben setzen willst, wieder nach oben gehen willst, oder ob du einer Widerstandszone gescheitert bist und hier gerade das konsolidierst. Wenn ich dich das verstanden habe, dann gehe ich wieder ins Risiko. Und, nochmals, wiederhol das gerne. Das bedeutet aber auch nicht automatisch, dass wenn diese Unterstützung jetzt in zwei Stunden bricht, dass ich sofort Short gehen muss. Denn ich habe hier eine V-Formation, ich muss da rein traden. Und die Kunst des Tradens ist es einfach auch mal zu sagen, du, lass doch mal die anderen die schweren Sachen traden. Ihr sagt immer, meine Kunst ist es, ich lasse die anderen die schweren Sachen traden, ich trade die, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. In diesem Sinne, wenn ihr sagt, ihr habt Lust, einen solchen Profi an eurer Seite zu haben, unten Link in der Beschreibung, unser Ausbildungsprogramm. Ihr seid herzlich angeladen, euch darüber zu kontaktieren. Darüber hinaus und wie immer und vom Herzen wünsche ich euch, dass die Kryptos nicht nur zum Mond und zum Mars, sondern darüber hinaus zu Epsilon Eridani steigen. Hauptsache Kryptonauten. Hauptsache ihr alle. Bleibt gesund und glücklich. Bleibt gesund und glücklich.